Mein Name ist Günter Horsag, ich leite die Abteilung für elektrische Antriebe und als Kompetenzzentrum für Leistungselektronik beschäftigen wir über 80 Ingenieure in der Entwicklung von elektrischen Maschinen, Leistungselektronik, Ansteuer- und Regelsoftware. Wir arbeiten interdisziplinär und standortübergreifend, auch international und wir entwickeln die nächste und übernächste Technologiegeneration für elektrische Antriebe. Dabei bearbeiten wir sowohl Vorentwicklungs- als auch Serienprojekte. Mein Name ist Daniel Eiberger, ich bin seit zweieinhalb Jahren als Softwareentwickler im Bereich der Leistungselektronik tätig und wir arbeiten hier an der zukünftigen Seriensoftware für Hybride und E-Fahrzeuge und an der ZDF schätze ich, dass man in einem professionellen Umfeld an den neuesten Technologien mitarbeiten kann. Mein Name ist Benjamin Brunnen, ich arbeite seit zwei Jahren als Entwicklungsingenieur bei der ZDF Friedrichshafen. Mir gefällt besonders gut, dass wir hier und an der automobilen Zukunft mitgestalten können und ich dabei meine eigenen Ideen und Konzepte einbringen kann. Mein Name ist Daniel Gack, ich arbeite als Entwickler in der Leistungselektronik und bei meiner täglichen Arbeit haben meine Kollegen und ich die Möglichkeit persönliches Fachwissen einzubringen und Know-how zu bündeln. Besonders attraktiv ist dabei die Mitgestaltung von innovativen Projekten, die die Mobilität von morgen verändern werden. Mein Name ist Claudia Iris Hoppensitz, ich komme aus Mexiko. Seit drei Jahren arbeite ich als Entwicklungsingenieurin in der Leistungselektronik bei ZDF. Ich beschäftige mich mit der Grundlageforschung nach neuen Technologien, die Inwechselrichter für die elektrischen Antriebe der Zukunft eingehen. An ZDF gefällt mir, dass mir von Anfang an Vertrauen entgegengebracht wurde und ich eigenverantwortlich an meinen Projekten arbeiten kann. Mein Name ist Wolfgang Schön, ich bin seit 15 Jahren bei der ZDF, seit 10 Jahren als Projektleiter im Bereich Leistungselektronik und meine größte Motivation ist, die zunehmende Erfahrung mit den neuesten Ergebnissen aus Forschung und Entwicklung zu verknüpfen. Mein Name ist Gerhard Müller, ich bin aktuell seit 20 Jahren bei uns im Unternehmen in unterschiedlichen Funktionen. Aktuell leite ich ein großes Technologieprojekt im Bereich Leistungselektronik und da freue ich mich jetzt darauf, unsere neuen Mitarbeiter ins Team zu integrieren. Wir legen großen Wert auf ein gutes Betriebsklima, auf Kreativität und Eigenverantwortung. Wir suchen noch Verstärkung für unser Team und wenn wir Interesse geweckt haben, besuchen Sie uns auf unserer Homepage. ITOWON Spanns